Hallöchen Leute, ich suche ein paar Leute, die Neverwinter Online spielen, die vielleicht freiwillig zusammen spielen, ansonsten würde ich für das gesamtlich zahlen, 1 Euro ist gleich ein Level, 60 sind 60 Euro und mein Können können wir auch mehrere Charaktere hochspielen. Melden bitte in Skype unter Game-Mogul oder ruft mir einfach unter 0397-725-3937.